Ja, hallo, meine lieben Freunde! Es geht jetzt wieder weiter nach dem Crash in der letzten Folge. Ich hoffe, dass der Fortschritt bis dahin gespeichert ist. Wenn nicht... ...ärgert's mich. Kann dann aber auch nicht viel dagegen tun. War ich hier? War ich hier? Ich weiß es nicht mehr. War das hier der... Das hier war, glaub ich, der letzte Punkt, oder? War das der Eintrittspunkt? Gut. Ich merk's mir mal grad. Geh einfach da hin. Und an einer anderen Stelle wieder weg. Nur um kurz zu schauen, was der Eingangs- und Ausgangspunkt ist. Komm, blinzel, bisschen schneller, bitte. Bitte. Komm, blinzel, doch. Dankeschön. So, gut. Das ist das nächste Raum. So. Okay, das Kreuz ist also der Eingangspunkt. Und das ist der Ausgangspunkt, wo man rauskam. Also muss ich nochmal hier hin? Oh Gott, bitte. Das muss doch gespeichert haben. Das wäre mir sehr unangenehm, wenn nicht. Hm. So. Ich weiß auch nicht, in welche Lücke ich jetzt reinspringen muss. Aber... Ich werd... Wie ging das noch? Oh, genau. Mit dem mittleren Maustaster. Ich hab das Spiel wieder eine Zeit lang nicht mehr gespielt, jetzt. Ich hab erstmal die... ...zwanzig Folgen, die ich hatte, hochgeladen. Aber was mach ich denn da für Blödsinn? Und dann... Oh, ja. Sehr intelligent. Da ist Nummer 6. Hinten ist... Gut, da kann ich vorhin nicht da trimmen. Dann kann ich... Ach nee, nicht das schon wieder. Gesundheit, mein Schatz. Ja, meine Freundin ist etwas erkältet. Deshalb kann es sein, dass sie ab und zu mal ein bisschen hinter mir in der Gegend rumnießt. Ist aber nicht schlimm. Nicht für mich. Nur für sie. Aber sie wird ja auch nicht ewig krank sein. Hoffe ich. Ah, das war doch so irgendwie in der Art, ne? Reicht das schon aus? Nein, verdammt. Tu das nicht. Ja, komm. Zu. Und das kann ich spiel noch einmal. So. So, reicht das jetzt aus? Sieht gut aus. Ich sagte, es sieht gut aus. Ich sagte, es sieht gut aus. Wunderbar. So, da ist Nummer 6. Da ist Nummer 7. Da ist der Müller, genau. So, und hier ging es dann zum nächsten. Oder ich habe einen Orientierungssinn wie, keine Ahnung, was. So. Ach, so geht es nicht. Und dann halt so. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Weil, wie gesagt, ich habe es eine ganze Zeit lang jetzt nicht gespielt. Nee, hier bin ich falsch. Definitiv. Wo komme ich denn da hin? Ach nee, da hin. Will ich nicht. Ich war doch hier überall schon. Aber ich war wahrscheinlich vorher gerade auf dem Weg zur Acht. War aber noch... Und dann ist alles wieder alles in Ordnung. Und jetzt ist oben gekreuzten. Ich habe eben noch ein bisschen gemogelt, habe ein bisschen in die alte Folge reingeschaut, aber nur so stellenweise. Nein! Nicht schon wieder! Bleib hier! Und jetzt bitte nach oben! Ungefähr da! Nein! Verdammt! Gibt es doch gar nicht! Verdammte Axt! Dankeschön! Hängen geblieben! Ah! Willst du mich verarschen? Bleib hier! Das wäre ja auch so schön gewesen, wenn es mal auf Anhieb irgendwie geklappt hätte. Aber... Das bleibt immer dort hängen. So, ich ziehe mir jetzt einfach eins darüber und dann müsste es besser klappen. Hoffe ich zumindest. So! Ja! Sehr schön! Oh oh! Stoß mich bitte nicht ab! Oder so! Ich möchte... Oh! Konntest du mich jetzt nicht mehr bis ganz oben hinbringen? Na Dankeschön! Oh 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 oh! Schau Angst! Ja! Ich kann hier nicht springen! Verdammt! Ich hänge da! So! Jetzt bin ich hier! Wieder! Mal! Wie war das denn das letzte Mal? Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern! Vielleicht sollte ich doch nochmal die andere Folge gucken! Aber jetzt ist da oben das Kreuz! So! Hier war... Was für ein Bild? Life is full of ups and downs! Genau! Also ich muss wieder runter! Verdammt! Ich kann mich einfach... Ich hätte vielleicht doch wirklich noch ein bisschen länger gucken sollen! Aber jetzt komme ich hier... Jetzt komme ich hier... Jetzt komme ich hier gar nicht mehr weg! Oder war da irgendwo was, wo ich weg konnte? Irgendwo! Das ist jetzt gerade blöd! Na komm! Ach verdammte Axt! So! 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 Ich glaube... Ich glaube... Bevor ich jetzt hier noch... 5 Stunden weiter rätsele... Um meinen Ausgangspunkt zu finden... Gehe ich lieber... Mal kurz raus... Und schau mir an wo ich war! Also bis gleich! So! So! Dann bin ich wieder zurück! Hab mich auch schon zu der Stelle hier vorgekämpft! Oh! Ich hab die Steinchen hier noch nicht eingesammelt! Ich hoffe einfach mal, dass das Spiel dann dieses Mal in dieser Runde nicht abstürzt! Also eigentlich habe ich mich schon zweimal hier hin vorgekämpft! Das erste Mal... War... Wenig von Erfolg gekrönt, weil ich so intelligent war und die Escape-Taste gedrückt habe! Die mich natürlich direkt wieder in das... Ja... Hauptmenü... Katapultiert hat! Und der Raum hier da natürlich nicht eingezeichnet ist! Was mich etwas geärgert hat! Deshalb musste ich mich zweimal hierhin vorkämpfen! Aber egal! Ich weiß ja im Grunde ungefähr wie es funktioniert! Das da war jetzt allerdings ein wenig falsch! Was soll's? Oder? Ja, geht doch! Ja, passt! So... Ich hab solche Angst, dass es wieder abstürzt! Und die ganze Arbeit einfach umsonst! Das würde mich nämlich am meisten ärgern! So... Irgendwie hat's da immer noch ein Problem! Nein! Hey! Was soll das? Nein! Was soll das? Ach, was mach ich denn? So... Rein! So... Toll! Fast geschafft! Da oben! Wo ist denn dein Problem da? Warum gehst du nicht zu? Ach, da oben ist noch ne Lücke! Habe ich nicht gesehen! Hallo! So... Die Seite ist zu! Die Seite ist ebenfalls... Ja! Es hat geklappt und es ist nicht abgestürzt! Sehr schön! Vielleicht brauche ich die Glötze noch, weiß ich nicht! Ich bin mir mal ein paar Stück mit! Ein gelber Gang und ein Shield! Peeking behind the curtains... Let us... No... Let us... See how everything works! Hinter die Kulissen zu schauen... Lässt uns... Ja... Sehen, wie alles funktioniert! Kulissen oder Vorhang, je nachdem! Äh, what the... Ja...